weiter geht's mit einer neuen folge hat alles gesagt so ist es ich habe euch ein waypoint trader geschickt damit werden haben ich hoffe ihr habt ihn auf der auf der märz immer so gerne haben es besser als brauchen so wie sieht es aus wir ziehen um oder zu ziehen nicht um wir sagen wir gucken dass man genau würde ich auch aber ich würde trotzdem hier zumindest einen land claim hier drin setzen dass die anderen wenn die das zufällig finden anbauen können und irgendwie drüber kommen wir könnten alles mitnehmen dann hat sich der fall wir haben auch nicht so viel dass wir können alles aufteilen und fertig ist ja und er ist doch nur fünf mal fünf oder eben nee 15 blöcke ist eingestellt 15 wir haben extra größer also ich glaube also entweder bauen wir hier oben auf dem dach unsere unterkunft oder woanders auf dem dach dach funktioniert nur wenn wir wenn wir hier so anbauen bzw höher setzen weil du siehst es da schon den unterschied das ist nur ein halber block des dach wird aber als ganze gewertet das das problem ja also probleme entscheidung weil hier sind die zoll nicht schnell durch also ich würde sagen wir suchen das ist nicht sicher gelegen das haus also das ist um ein lasst uns einpacken fertig und reißen die treppe an das ab das ist das einfachste um nicht gleich verteidigung aufbauen zu müssen ja und nehmt eurem bett roll mit wollen wir in die kleine siedlung ich habe ja kann man machen oder ihr kraft kraft euch einen neuen schlafsack weil wir noch genau unterwegs krepiert genau lasst ihn hier dann sind wir also weg oder mal die fackel packen die platz vielen angst das ist nicht fünf euro dankeschön ja regenbogen aus genau das selbe probleme 19 85 aber jetzt weiß ich bin raus ich brauche nächster brauche wieder ich habe noch fünf pfeile sechs hat eine ahnung wo es lang geht ja ja schön ja hinter dir was ich habe ihn auf dem weg aber es wird mich kann alles so siedlung ist wie hin ich glaube einfach mal den pfeiler hinterher noch ein paar steine schnell wie sie wird mir ich weiß auch ich weiß auch mit mir wurde der auch nicht angezeigt rechter wahnsinn ich alle paar sekunden reine wir machen ja nicht wir zocken ja hier nur ein bisschen mehr machen wir gar nicht ja was reicht ja und da war immerhin wir können das bewegen das ist mal so genau da ist ein dessen lässt es haben doch keiner gesehen sehr schön und waren wieder nur ein ei drin ich habe es heute aber auch mit den nästern ich höre hier sterben kann der rein habe ich habe fleisch dabei wo ist der gestorben dann im hieraus ja okay hier ist ja das gleiche aus okay erst mal vielen lang für ein folgen und um eine frage zu beantworten und leder auf einem geschlossenen genau allerdings in zwei gruppen er seid ihr noch hinten oben an der dinge oder was halten wir gucken mal auf die map hast du uns getrackt wir kommen ja ja kommen wir kommen ihr seid ach so ich war noch gar nicht losgelaufen wir kommen noch nicht vorgestellt locker ja da ist auch ein zeltlager ja da ist auch ein zeltlager da in der nähe bestimmt hey ich sehe es gerade ne das ist noch alt hier aber ich hatte eine kranke schwester ne kranke schwester hab die post ganz einfach weil wir in zwei gruppen spielen dass es gibt hier zwei unter gruppen die haben wir zu beginn ausgelost in der anderen gruppe sind jack fleischhammer weltkreis mit dabei regenbogen danke für die spende für die kids richtig so wolltest du nicht noch den multidings irgendwie posten weil ich jetzt gerade schon ein bisschen erschrocken war ich habe das nämlich so nicht auf mich bezogen aber vielleicht max vielleicht könntest du das mal kurz machen oder sabrina einer von euch beiden könntet ihr den link für multi switch mal fertig machen für die jetzt hier in der gruppe sind genau richtig das wäre furchtbar lieb da ist ein hirsch wo da wo ich bin hier seid ihr noch alle hinter mir macht ihn da hinten erschießt ihn erschießt ihn ich habe kram dabei ich kann seinen ganzen loot aufnehmen den hirsch schnato dankeschön schnato grün 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 eine kleine das ist eine große tat jeder zentl echt wahnsinn ja 2059 afraining ja hast du den hersteller legst schnitzel nein ich lauf da gerade hinterher der will nicht vergiss es dann lass uns lassen lassen laufen wir finden noch andere komm und das ist ein kleines macht macht nicht den weltweiten dann doch laufen sie ja nicht wir sind jetzt momentan auf der strafe auf dieser gravel straße noch mal mundraub dankeschön für ein volk richtung richtung nordwesten westen und die zurück da kommt man zu mir da könnt ihr noch ausnehmen ich habe mir gerade in eure richtung gelaufen also es würde mich nicht wundern sei ganz ehrlich wenn die herren fleischhammer schröber mit der kirche und ich danke für den host ich war gerade kurz abgelenkt das ist gut wenn die an der kirche geblieben wären wenn die an der kirche geblieben wären wenn die an der kirche wenn die an der kirche wenn die an der kirche zumal ja vielleicht hat man schröber mit der kirche ein bisschen erfahrung haben mehr steppenbereich schon stimmt das ist steppenbereich da dürfen wir nicht hin jetzt schon zum bau nicht also ja gut hinbewegung bevor und schon auf dich zum bau ok leute vielleicht aber erstmal was zum bau suchen da ist aber keine steppe ja nur laubwald ne also nur laubwald aber ist er auch da ist oder in laubwald ja also nur laubwald nicht sagen ja ja sind wir das also die siedlung ist ja mit dem laubwald also mal eine hallo an alle von und jetzt nur die steppe davon ja das hat ja nee also also multilink schreibt man so wie ich oben geschrieben hab dann schreibt man slash dann ein namen slash nächster name slash so geht multilink ok ich meinte aber nicht diese siedlung hast du so eine weiter hinten rechts wir laufen weiter auf jeden fall aber je nach stelle sieht man gut die nester also genau ja also das da hinten ist aber schon kein laubwald mehr ne ne definitiv nicht ne 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 sucht einfach was aus ich komme da wo ihr seid der wäre vielleicht auch sehr genial direkt oben auf dem dach wenn die anderen da nicht sind ich glaube da mal in die richtung der kaktus ich komme sonst mit er sammelt aloe aus und schnitzel mit pommes nein der andere frucht juka ihr müsst nicht den editieren ihr sollten einfach nur da haben und einem er das ist überhaupt nicht schlimm kein also jeder zuschauer der irgendwie nicht spenden kann das ist überhaupt nicht schlimm durch eure anwesenheit supportet ihr das schon das ganze hier und die die vielleicht einen eigenen kanal haben einfach ein host reinhauen dadurch zu portet ihr das auch ihr müsst nicht spenden soll sich auf jeden fall keiner irgendwie gezwungen sehen jetzt nur weil ihr hier zuschaut ist dann was spenden zu müssen also um gottes willen nein das ist ein bisschen alles freiwillig alles freiwillig sagt mir noch mal kurz ihr seid jetzt schon wieder da hinten wo wo wollt ihr denn hin habt ihr ein ziel oder seid ihr schon da also wir haben also ungefähr von 30 kunden über das sie gesprochen okay alternativ ist hier noch eine zwischensiedlung also bei mir hat ein max max gerade mal die den link für den multitwitch eingesetzt max danke schön das ist wie es konnte gerade schon beschrieben hat im endeffekt mit twitch.tv schrägstrich schnitzel gameplays bei mir lp gongi asrack tv nordisch habe ich also alles getrennt jeder einzelne kanal durch einen schrägstrich nordisch was meinst du wenn wir hier eine base irgendwie im haus die schrägstrich abreißen wir sollten auf jeden fall erstmal eine nacht base haben ja bevor wir weiter ziehen für die gute sache da hast du vollkommen recht dafür sind wir angetreten ist einer drin okay ist das jetzt da unser haus ja mal hier das erste mal hier kannst du die die treppe relativ easy weg nehmen wir kommen die zombies nachts auf jeden fall aus hier ja das ist ja das ist gut sein oder wo sein hier rein vorne kleines loch links von der tür also ihr seid schon gut ein marker setzen aber wer hat mich da genau ich du bist reingelaufen wer war es jetzt kommen auf jeden fall gerade noch mal von zombies ja die sollten wir vielleicht erst mal klären ich knall hier mal eine fackel hin an die wand dann gehe ich gleich raus ja am besten da wo man reinkommen wo sturm dankeschön vielen dank für deinen sport ja du schlampe vielen dank für den hosting vielen herzlichen dank von hinten kommt noch einer wer ist damit wir gerade draußen mit dem meining das wäre ganz gut das sind nämlich einige ja es wäre auch richtig knapp geworden die erste krumme gibt es jetzt jeden tag eine airdrop geht einer mit falls die anderen da auch hingehen es sind zwei angezeigt im westen nämlich noch nordwesten westen ja da laufe ich gerade hin wir laufen zu zweit nämlich sonst den anderen hier der rechts von uns ist da sind auch welche richtung südwest nämlich den ok kriegst bist du vor mir schon ja ich bin der kinder wir ist irgendwie sind wir schon im haus drin oder sowas ja wir haben die treppe bis jetzt weg gehauen und ansonsten wir die zombies gerade davor ok da im haus sind aber noch welche drin dann sind sie von hinten durchgekommen der airdrop halte ich da noch ein bisschen zurückkriegst der ist noch nicht unten ja aber gleich jetzt gelandet wo ist das zeug bleib mal hier in der umgebung gut gut und rückwärtsgang ja ich habe noch das fleisch einstecken verdammte hacker warte mal ich tue gleich noch mal ich nehme gleich ein wenig holz noch mit ich habe drei bieger nice geil saugeil und ein buch für die minibikes aber gut ja gut minibikes so weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen ne das denke ich auch deswegen danke für die spätes sehr geil Leute sehr geil völlig krank völlig unglaublich also so eine zahl ne die hätte ich nicht mal also wir haben ja im vorfeld unterhalten deswegen habe ich vorhin gesagt ich werde es nicht sagen aber ihr wisst was ähm was im vorfeld so in den vorbesprechungen zu gefallen ist auch von meiner seite her ähm also dazu mittlerweile was da jetzt wo wir da jetzt schon stehen im endeffekt da fehlen wir schon bei ein bisschen die Worte muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß gar nicht was ich sagen soll also ich habe irgendwie dreistellig hätte ich gerechnet ich auch ganz ehrlich aber nicht aber nicht das und das ist ja eine geile Nummer zu breit äh vierstellig das ist richtig krass oh man muss dazu sagen das was bei uns auch gezeigt wird das Auto ist voller Loot das Auto das preise hier ne denkt dran das Auto ist voller Not ja also das was ja bei uns hier angezeigt wird muss man dazu sagen das ist ja noch eine normale die volle Summe weil wähl ja parallel nochmal ähm Vorsicht du kommst schnell beziehungsweise ja auch ähm bei Ome ähm noch die Möglichkeit ist wenn es noch so ist wovon ich ausgehe zumindest hat er nichts gegen Darius gesagt eben von wegen Uiuiuiuiui äh Paysafe eben noch ja genau Tipi bei mir auch ja Romja dankeschön für dein Hostie vier Euro sind bei mir über Tipi gekommen weil nicht jeder Paypal hat die kommen quasi auch nochmal zum Top die kommen quasi auch nochmal zum Top Zombie Bride Achtung Dankeschön Achtung Dankeschön Dankeschön Zombie Bride wir kommen ja gerade wieder rechtzeitig zurück Zombie Bride sehr schön aber wir haben ja noch einiges zu tun doch ja aber das wird uns nicht schaden ne der Loot der nicht nein habt ihr drin eigentlich schon Kisten oder die Art im Auto ne im Auto ist es noch nix 40 rein mit er alter wow oh wo kommt der her ähm ich gehe rein und pau äh pau ich pau drinnen mal schnell oben und paar Kisten hin jo dass die schon mal drin sind zwei Stück zumindest hammer hammer ein bisschen also bei mir sind gerade kürzlich oder rüber Tipi reingekommen sehr geil sehr sehr geil ähm ähm Gonji bei mir fragt gerade ähm Max nach ob man bei dir auch per Sofortüberweisung quasi bezahlen kann also spenden kann ich weiß nicht ob das über Tipi geht ähm ich muss ähm im Zweifel mal schauen er ist tot weiß das einer von euch ich hab keine Ahnung ähm ähm hinten im Garten müssten noch einige sein ah Jutta einfach sonst mal ausprobieren unter Ausrufezeichen Multi seht ihr alle Spieler die streamen die streamen und wenn man das als Namen daran schreibt hier wir brauchen bald Pfeile das sind auch die ähm ähm die sie bei Twitch haben da ist noch ne Schwester ja also einfach den mit Slash mit ran packen und dann seht ihr ob er streamt oder ich weiß es nicht ob Mario streamt normalerweise gehe ich davon aus ja Mario streamt hab sie sehr gut ist aufgeräumt glaube ich ne ja das sieht jetzt ja ja das sieht gut aus hier ok ich hau ja auch noch mal ein bisschen loot rein äh was ich hab hier auch noch mal über 60 also fast 70 Federn ich höre noch was ja da hinten das mal nach hinten im Garten glaube ich ja da kommen aus dem Kopf oder dort aus der Garage ähm so ach so ein Bett ein Bett machen wir uns Hasra hat es jetzt eigentlich schon eine Forge oder nein ok ähm äh ich hab mein Kram ins Auto geworfen ich hab zwei Kisten im Haus sind zwei Kisten fertig sehr gut hängen an der Wand oben direkt wenn ihr oben ums Eck rum kommt sehr gut ich hau erstmal rein ne aber da hinten kloppt doch noch irgendwo was also ich bin hier am Steine kloppen wenn du das meinst ne ne das ist ah ich hab hier in der Couch gefunden wir können uns ne Forge bauen ich hab hier in der Couch ja das sind hier in den Häusern sind welche drin ein paar ja ah da hinten im Garten im Pool sind noch drei Zombies in der linken Piste ist auch nochmal Himmelheit und ganzer Dreck wir haben gerade ein Problem hier raus zu kommen habe ich das Gefühl Fett Fett muss ich jetzt mal ausmüllen hier roten Streifen mitten im Bild Feldi moin moin roten Streifen im Bild ne wo denn meinst du Feldi wo achso die Frage war aus dem Chat sorry nicht von mir Velcry nice Velcry jetzt gucken wir mal jetzt auf Velcry er hat ne Wette laufen oder was 5 Tode also das ist auch mal das ist fast fast der einzigste wo ich kurz sagen der gestorben ist bisher aber der weiß schon dass man überleben muss oder das hat ihm ja einer gesagt das weiß ich jetzt nicht vielleicht glaubt er auch dass es Punkte gibt auf die wer am häufigsten gestorben ist oder so denkt an eure Schlafsecher liebe Zuschauer bitte nicht spoilern was die anderen machen wenn ihr da auch schaut ja ihr habt nichts spoilern ganz wichtig wir kommen schon ohne Ohr wir kommen ohne klar das sieht man ja also man unterstützt uns tatkräftig ja kleines Juhchen danke schön vielen Dank kleines Juhchen danke schön danke schön sehr schön oh bitte 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 scheiße die ist jetzt endlich kaputt Diciato 100 Euro alter danke schön alter Schwede ich hab ne Ranch gefunden ja nice sollte man auch die Autos zerlegen ich hab auch nen Kochtopf alles wird gut alles wird gut sehr gut ach mein Bogen ist kaputt ich hab auch eine Ranch gefunden noch eine Ranch perfekt Jenny vielen Dank danke schön Essen wird eng bald bei mir ja bei mir auch gehen wir auf 6% wenn wir sobald wir die im Campfire haben und der Kochtopf geht weiter geht geht unbedingt ihr seid der Wahnsinn der Wahnsinn seid ihr Julian Julian vielen Dank fürs Follow ach verdammt ich hab noch nen Kochtopf alles gut sehr schön ich häng hier noch mit dem Zappelfilip da hinten rum der macht noch Sportübungen der springt auf und ab jetzt ist er tot ich hab's Iron Boots gelernt auch wenn der ist wahrscheinlich nichts los hier sobald wir eine Forza haben müssen wir bessere Ausrüstung machen also Gonji zu deiner Information du hast auch Sofortüberweisung ah sehr nice also ich werde das wahrscheinlich am Ende des Streams dann einmal komplett rüberhauen dann von meinem ähm Account quasi rüber weil ich muss da tatsächlich ein paar Minuten oder ein paar Tage warten bis ich es bekommen von Tippi das macht aber nichts ähm wollt ihr eh noch Max has donated 5 Euro Klasseaktion vielen Dank Max Dankeschön 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 ja ja doch was dann du ach die Pistole ach Gott das ist doch geil ach so ich hab seit heute Nacht schon eine Pistole mit einem 50er Entschuldigung ich wusste nicht dass du denn die Hose aufmachst das hätte ich natürlich nicht ja Pistole ist genau mein Ding das macht er immer natürlich ich und Pistole das ist eine Einheit also ich muss sagen ähm nein was wollte ich jetzt sagen genau ich hab jetzt total in Frage sprachlos ich dachte ich wäre jemand anderes was ich hab jetzt gerade in dem Moment wirklich ähm gedacht dass wir da wären ein Zombie irgendwo bei mir deswegen war ich dann irgendwie doppelt weg jetzt weiß ich nichts was ich sagen wollte irgendwas dieser sagt kein Werf ja diese Sitzke oh man oh man ja so ich komme jetzt mal rein oh vielen lang 15 Euro nochmal Lassen Sie mich schon neugierig ok Dankeschön sehr krass no room ihr seid verrückt ähm sind alle drin nope bin ich hier unterwegs noch ok pass auf dann ich fange mal an hier unten einigermaßen dicht zu machen auf jeden Fall ja die Frage ist ähm ob das gut ist gleich das so optisch zu zeigen weißt du draußen ja eben 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 wir dürfen kein Anzeichen außen haben kein Licht oder sonst was naja aber dann müssen wir ja die Fenster zu machen das meine ich ja nicht ne ja aber selbst das würde ich komme ich komme jetzt sieht so aus als wenn wir hier nur looten waren wenn wir jetzt natürlich hier jetzt schon direkt das fett alles verbauen dann seht ihr schon mehr dass hier unsere base ist ja ja gut kommst du nach oben ich muss mich erst entmüllen ich muss mich erst entmüllen ich komme gleich so ne stopp als erstes lege ich mir meinen Schlafsack jetzt mal hier hin dann fange ich schon mal an zu kloppen hier ist nämlich ein ganz safe ja ja ich komme gleich ich muss noch meinen Schlafsack loswerden und dann ähm ich mache mal ein paar ähm Rampen für den Aufgang wenn wir dann um die Treppe noch ganz weg zu kloppen dann wo ist denn die Kisten da ich müll mich mal in die Kisten da sind jetzt die Kochtöpfe drin ja entschuldigen vielen Dank trotzdem fürs Reinschauen es sind Bläser drin es ist natürlich Pech wenn es immer nicht so ganz so funktioniert trotzdem teile und ja vielleicht erst zum nächsten Mal wer hat denn die Knarre gehabt äh Kicks ja Kicks brauchst du die in 9mm oder nimm sie würdest du die teilen das kann ich gerne tun sehr gut ich würde sie auch gegen unsere Gegner einstellen einsetzen versprochen ja ich würde gut für sie sorgen ja das freut mich absolut dann kann ich wo bist du denn? Skavik und Ayuta wenn ihr gleich die Fragen beantworten was das Ziel ist von Nissen vielen Dank Dankeschön oh nice alles gerne hast du auch Munition dafür oder nicht? ja ich zeig dir auch nochmal wie die Teams verteilt sind Kicksl, Asrak, Nordisch und Schnitzel sind in meinem Team danke kein Problem es gibt noch Stress mit irgendwelchen Zombies ja wir müssen nochmal raus wer kommt mit? wenn die Hilfe braucht sagt Bescheid ich bin hier gerade beim Safe-Buy ich hab gedacht jetzt läuft einer vorbei ja ich sehe ich ja ich sehe ich oh Wanderhorte 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 das ist nicht gut und die haben uns schon entdeckt ja die kloppen schon auf den Zaun hinten beim Pool ich komm raus ich komm raus komm raus nicht mit den Kämpfen sonst einfach weglaufen wo geht's dir aus? verdammte Hacker dann führen wir sie weg pvp event genau 5 gegen 5 ach Tür ist auch noch nicht auf die sind direkt hinten dran wir müssen die weglocken dann müssen sie anschießen und weglocken genau dann komm ich auch raus das Safe dauern zu lange oh der eine ist drüber ja das sind mehrere schon drüber wow better place to be vielen Dank nice better place to be moin moin sehr gut wir müssen die anschließen, dass die jeden aus dem Haus raus kommen aus dem Garten mir folgt aktuell nur ein einziger der Rest verflüchtigt sich da irgendwie Achtung weg 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 versuch man nebenbei noch Wasser einzusammeln und so Wasser? wenn ihr das noch schafft also leere Gläser ne? ach so ich bin dabei Federn aktuell einzusammeln ich hab keinerlei Essen mehr ich hab nichts mehr zu trinken gar nichts wir müssen relativ viel Fleisch haben ja ich hab auch noch mehr ich hab zwei Wasser eingesammelt ok wir sind im Garten noch welche drin ich geh gucken alter Schwede da sind noch welche hier drei Stück einer im Pool der ist das bewuscht der packt fest einer ist wieder raus gelaufen durch den Zaun ein dicker ist da bei mir die eine die weglaufen lassen wir weglaufen das ist egal oh Gott ich glaube wir kriegen hier im Haus auch Besuch sich nicht nett an im Zweifel haben wir denn halt die Treppe die abgerissen ist und müssen wir den halt so töten ich meine die kommen dann zumindest nicht hoch solange kein Spyder dabei ist ich hab den angst schossen was wir im dicken ist ja alles klar so dann vor 21 zu machen auch wenn da ist ja gut was hier war der noch nicht ja ich bin noch nicht da ja ich weiß mal nicht vergessen habe ich schon gesehen vielen dank aber nochmal für den Hinweis hier ist noch irgendwo einer da haben wir das erstmal rein egal es sind doch irgendwo welche ich habe auch noch sieben Eier einstecken ja es sind aber welche vorbeigezogen und zuletzt ein Stück ja nicht sind alle heißen oder noch jemand draußen ich bin draußen wir sind auch wir sind auch wir sind wahnsinnig dunkel bei frames wir sind Pixel kommst du rein ja bin drin ich mach zu nein ich brauche nicht ich hab doch gesagt ich bin noch draußen also wo ist meine Fackel meine Fackel hängt da nämlich schon irgendwo Tür ist offen genau ich sehe nichts ne ich auch nicht ja draußen wollte ich noch hier machen äh der letzte Frame mit hochnehmen das ist glaube ich Asrag ne ja 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 und dann weiter kloppen hier am besten direkt haben wir noch Fackeln eine hab ich ich hab meine hier hinten gehängt an die Seite Runtime 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 5 Euro über Tippi sehr nein danke schön vielen Dank vielen Dank äh da ist sie bei mir ist es viel dunkler wie bei Schnitzel irgendwas stimmt mit dem Gamma nicht ich hab mein Gamma hochgestellt auf 100 oder was ich sehs eigentlich ich sehs eigentlich im Moment seh ich alles gut glaube äh ich muss auch was essen ok ok haben wir schon da unten ist ein Campfire so da ist ein Racer vielen Dank nochmal wo sind leere Gläser und Val und Val halte dich mal beim sterben zurück gell ja man kanns auch übertreiben ja genau echt ich weiß es wissen wir jetzt was es kann so ich hab auch Berkey Gläser reingemacht so ich hab auch Berkey Gläser reingemacht ich muss mal ich bin ja zweieinhalb Minuten gleich AFK so ich bin aus der Kiste raus hab meinen Loot rausgeparkt ich muss auch gleich wahrscheinlich mal austreten was heißt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ich bin andy tagged ich traue mich auch ich bin's denn ja kickst du da tolle immer dass du dich dabei hast du ne Brille gefunden ja ich hab ne Brille gefunden ja Max saß natürlich auch recht einer muss zeigen wie man es nicht macht in dem Fall ist es heute mal well ich muss was essen ganz dringend 100 so ich könnte gleich mal ein paar Pfeile natürlich herstellen in der Kiste ist noch ein bisschen was Val ist bereits fünfmal gestorben Jack Fleischhammer einmal und da ging das noch nicht mal los da ist Jack schon gestorben cool ja das stimmt ah Tyx schreibt grad bei mir ähm Sele spendet pleisig pro Val tot 5 Euro hat also seinen Sinn ah ok äh sehr nice cheater das hat er das haben sie bestimmt aber auch nur so gesagt ja kann auch sagen wirklich gut ich bin gleich wieder da bis gleich ja bis gleich ja alles fertig extra kaschieren können wir haben zwei First Aid Kits bitte nehmt jeder eine oder soweit möglich jeder eine mit damit ihr sozusagen nicht umkippt ja eins hab ich selber schon einstecken ja ich auch wie viel haben wir ähm es sind noch zwei übrig ich nehm mir mal ne ach ne ich hab ne Ranch ok ich will dann auch noch ein bisschen Kleinkram holen da ist noch ein Cooking Grill sehr geil den setzen wir natürlich ein oh oh schauts aus mit Bello beziehungsweise Forge können wir können wir nicht hab noch keine gemacht Team Nebi Dankeschön oh vielen Dank für Team Nebi mal so ein kleiner Bildschirm hier ich muss jetzt mal dann aufsetzen äh naja welts stirbt und ziele spendet abgesprochen ist anders aber es funktioniert tix da hast du natürlich recht so äh ich hab hier noch ähm sechsmalig paintcler was also der Tee läuft an im ersten Schimpfer ja sehr schön dann haben wir das noch das noch und das essen wir gleich noch gut wir haben draußen ja direkt das Planschbecken da konnten wir die neuer Fleisch ist ja auch noch ja ich hab auch vor die Gläser aufzufüllen ich hab schon 13 gesammelt ich werd jetzt noch was trinken und dann zieh ich los irrensturzockt hat gespendet 75 Euro vielen Dank Vinyas vielen Dank vielen Dank endlich im PvP-Action-Szene ja das wollen wir alle ok könnt ihr als Campfire was trinken da ist Zeug drin so ich mach jetzt erstmal die Treppe hier unten weiter gleich wir haben die Gläser dabei ich hab's ich hab's ich hab's ich hab noch vier Stück in die rechte in die rechte in die rechte in die rechte jawoll alles in die Kisten ich hol sie mir dann in die rechte oder linke ist egal ich hol sie mir dann raus in der rechten sind sie jetzt drin ich bin kurz weg was bist du ich bin kurz nochmal weg gleich wieder da ok jawohl ich bin auch kurz AFK sonst ähm naja ja nur zu der Stützel klopfen oder die Treppe weg Pinkelpause ja mal sein also kleine Pinkelpause nein halt das ein beim streamen ich hab hier sonst noch eine leere Flasche die hab ich mir extra eingestellt oh das will ich nicht hören das ist zu viel Info mhm viel zu viel Info ah das ist richtig unangenehm mhm kann ich neue Mitspieler haben bitte gerne wir müssen den Kunden neu auslosen ok ok oh kleine Pause Päuschen Päuschen ah mein Ohr sei gut aber ja schon die k die 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 Okay. Ja, ist er wieder. Uh. Jop. Omega! Oh, ich glaube, die werden von den Zombies überrannt, wa? Anfänger. War da nicht zu laut? Grill auch noch. Ja, Grill ist im ersten Feuer. Ja, ja, ja. Ihr Alter, ich möchte euch nicht ja tot. 21 Bacon and Eggs und 4 Grilled Metsch schmeiß ich mal an. Dann ist genug zu essen, da wir uns alles satt essen können. So, wo ist denn die Tante? Gleich tot. Ah, du bist unten? Nein, ich bin am Abräumen. In meinem Tränen-Nest. Okay. Hier brennt. Ah, Mann. Nichts. Tüx, es ist schön, dass du das da reinschreibst, aber bitte nicht spoilern. Ist down. Also, dass irgendwelche Probleme sind, dann haben wir, das haben wir damit schon gerechnet. So, ich hole mir die restlichen Gläser. Ich hoffe, ihr habt ihr alle irgendwo hier in die Schiffladen geklappt. Ja, in der rechten sind 18. Ist lieb von dir, Tüx, aber bitte nicht spoilern. Ich fülle jetzt neu auf. Ich fülle neu Wasser auf. Okay, ich glaube, hier weiter. Ich sehe sie da. Alles klar. So, ich empfehle mich, ich bin gleich wieder da. Jupp. Und zähle ich bin, äh, 5 Euro. Sehr nice. Sehr schön. Aber jetzt zieht es konsequent durch, also das muss man ja schon mal sagen, ne? So, ich nehme mir auch ein... Dankeschön. ...Pers-Aid-Kit raus. Ja, bitte. Du nimmst da ganz schön was raus, so. So, ich komme mit Wasser zurück. So ist er. So ist er. Ja, wir haben ein Base auch gebaut. Das kann man doch eigentlich als Base nehmen. Dürfen wir überall looten? Ja, looten dürfen wir überall. Macht, macht, macht. Alles klar. Wir kaufen dann auch Tee, ne? Wir müssen neu Tee holen. Sammelt dann gelben Tee. Sammelt gelben Tee. Hallo? Ja. Ja, und mehr? Ist ja... Ähm... Tagsüber. So, ich stelle noch mal vier Fackeln her. Trotsch. Warum zerklopft du einen Frame, wenn du ihn aufnehmen kannst? Was für ein Frame habe ich den zerklopft? Ja, ich habe den... Du hast meinen zerklopft, den ich da hingelegt hatte. Ist schon rum. Ach so, ach, das habe ich gar nicht schnallt. Nicht schlimm, völlig egal. Alles, was ich gar nicht gemerkt. Wir sind ein Team. Eine Baut auf, eine ab. Hatten hier von... Donnerhaus, Dankeschön. Wir hatten vorhin schon mal den Link für den Multistream. ähm, fertig gemacht. Steht schon der Forge? Hat schon einer was gemacht? Ähm, aber danke, du kannst höchstens, ähm... Chris! Chris, Dankeschön. Vielen Dank für deinen Support. Ich baue uns jetzt ein Bello. Kommt das noch bei euch an? Ja? Ja, das kommt an. Ich bin bloß gerade mit dem Chat. Alles gut. Also ich kümmere mich jetzt um die Forge. Bitte, ähm... Ich habe ein Bello schon in Auftrag. In vier Fackeln. Ich hänge die gleich irgendwo hin. Fackeln könnt ihr euch nehmen, wenn ihr sie braucht. Einfach abgreifen. Jawohl. Dankeschön. Ähm, ja, mach's genau. Super. Hast du hier schon mal? Ähm, kannst du den vom anderen Team vielleicht auch nochmal reinsetzen dann? Also es gab nicht, Dankeschön auch jeden Fall dafür. Genau. Noch mal für das Angebot und auch. Und Checky. 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 Neu für den. Ah, läuft, oder? Also ich weiß, ich weiß, hat der vorher jetzt getönt, irgendwie die tolle Gruppe. Und Chris. Ja. Und vergessen. Ein paar Probleme haben. Vergessen, folgen Ende. Ja, neuer Tag, neuer Folge, neue Ausnahme. Auf Wiedersehen, wir sehen uns an der nächsten Folge. Genau. Stimmt. Schöne. Schöne. Bis zum nächsten Mal.